So, Vorsicht, Lokom! So, Vorsicht, Scheibe fehlt aufs Loch, 13 Uhr, die 91, 1 Uhr 34, kommt auf die Scheibe, Vorsicht bitte! Diese Lok ist 1898 gebaut. Seit einigen Jahren, nachdem sie in den 60er Jahren abgestellt wurden, seit einigen Jahren mit Unterbrechung wieder in Betrieb. Der Eigentümer ist leider verschoben und jetzt kümmert sich eine dufte Truppe aus Leipzig um die Lokmotive. Wer über diese Lok irgendwas erfahren möchte, die hat keine Internetseite, sondern die findet man nur auf Facebook und zwar unter Dampfkultur Leipzig. Also wer über die Lokmotive mehr wissen möchte, wo sie zu sehen ist, wo sie zum Einladen kommen, Dampfkultur Leipzig. Und auf Facebook sind ja viele Jugendliche und Kinder hier gezeigt. So, wir müssen lieber bitte die Scheibe verraten. Der stellt immer Fragen, die sonst keiner stellt. Die Säbe verraten. Da, da! Diese Luftpferde mit Dampf benutzt dabei eine ganz einfache und physikalische Kessel und hat kein eigenes Feuer, sondern nur durch die Selbstverdankung bei Druckreduktion der Verdankung des Körper. Wenn die Luft kostet, hat der Kessel 2,5 Atmosphären hoch. Und die Luftpferde mit Dampf, wie gesagt, entsteht feuerbar für den Kessel. Die Luftpferde mit Dampf, den Specht, der Kessel, sind in der Kessel des Kessel, den Kessel zu hopefully ausbeigen. Die Luftpferde mit Dampf Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Vielen Dank. 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 Hey, man. Bye. 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 Ja, das ist gut. Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020